Steh gestanden! Riech euch! Augen gerade! Aus! Kennt ihr das noch? Jetzt dürft ihr mal aber richtig mitsehen und Helmi singt vor! Pass auf, pass auf! Und wisst ihr, weil das ein Pionierlied ist und weil unsere älteren Sportfreunde aus DDR-Zeiten schon so stark gepaddelt sind, insbesondere Rüdiger und alle, die hier stehen, haben wir euch das Jungpionierlied reingelegt und haben gehofft, dass wir euch erfreuen können damit. Dankeschön! Guten Abend, meine Damen und Herren, in Übersicht. 500 Meter Strecke. Kennt ihr das auch? Okay, der erste Pokalsieger mit dem Platz 6 mit einer Zeit von 2.14.27 ein Team aus Schwerin, Flying Turtles! Go to Florida! Applaus 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 Kommen wir nun zur Pokalübergabe. Wer darf hin? Andreas. Andreas Säuberlich. Der Teamcaptain. Übernimmt jetzt. Applaus 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 Starke Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zum Platz 5. Eine Sekunde schneller. 2, 13, 85 Steel Dragon Brandenburg Applaus 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 Herzlichen Glückwunsch euch! Und ihr dürft gleich mal ein bisschen vorne stehen bleiben, denn gleich kommt der Platz 4. Weil die Zeit ist fast genauso. 2, 13, 15, Platz 4 aus Potsdam. Eben waren sie noch hier und haben unser Pionierlied gesungen, Körperwelten! Und auf Platz 3, 5 Sekunden schneller, 2, 7, 15, Team Uckermark, 1! Untertitelung des ZDF, 2020 Und wir ziehen gleich weiter mit dem zweiten Platz. Und das sind schon die Zeiten, so wie ich sie mir ungefähr vorgestellt habe. Auch wenn sie nicht unter 2 Minuten sind, aber 2 Minuten 279. Hannover Allsport Mixit! Und wir kommen mit uns zum Serien-Siege. Ungeschlagen wohl dieses Jahr über die kurze Strecke, auch über die 500-Meter-Strecke. Platz 1, die Zeit 2.02.27. Fette Motte! Fette Motte! Fette Motte! Herzlichen Glückwunsch von uns allen und ganz herzlichen Dank an euch für diese schönen Rennen. Da schließe ich euch alle, die hier vorne stehen, alle ein. Das sind glaube ich jetzt ungefähr 100 Leute, die hier stehen. Dankeschön. Lauf nicht so weit weg. So meine Lieben, nicht so weit weglaufen, denkt daran. Jetzt kommt...